Hallo Leute, ich bin hier in Charleston Station und bin auf meinem Privat-Server. Da hinten sind ein paar Vertibirds. Und ich wollte mal schauen. Ich habe jetzt 14 Stunden lang nicht gespielt. Da sollte es eigentlich mit den Geruhmauern noch klappen, wenn ich jetzt das irgendwann mal da abgrase an den vielen bekannten Stellen. Dann wollen wir mal sehen. Ganz zum Schluss zeige ich euch dann, was ich alles bekommen habe. Das war's. Ich hab's gemmeldet. Auch da sind es in der Mitte und dann wurde es einfach so oft gemacht. Und dann habe ich ich gerne rein. Ich kann jetzt alle Géniwirbel machen. Er müsste an die Mitte sein. Ich könnte es einfach drinnen auf. Ich kann es noch niemals machen, wie ich richtig herumschrauben 1. Ich kann es hier sein. Eben im Kopf. Jetzt gibt es die Melodie, die Lugas de Kanten und die Kanten aufgemacht. Und jetzt. Ich kann es nicht mehr. Ich kann es nicht mehr Pipisch die Kanten aufgemacht. Ich kann es nicht mehr Geld haben. Ich kann es nicht mehr, was ihr im Kopf zu Ende. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Nichts, keine Anzeige, nichts gewonnen Nur paar legendäre Scheine Hey Leute Wofür gibt es Baupläne unter die ganze Zeug? Riesenentäuschung Okay, ich habe jetzt ja noch Welch Äh, Sundermount, ne nicht Sundermount Hier der große Bagger Und noch Captain Park 4 Mill Wollen wir mal gucken, was das noch bringt So, jetzt Welch Zwei Kübel bekommen Was ist los? Nichts! Keine Anzeige links oben Dass ich irgendwas Bekommen habe Was ist das? Ja, die beiden hatte ich zwischendurch Die beiden Gegner gefunden Kein Bauplan da Kein Neubauplan hier Und Leute Ich bin auf dem Privatserver Auf dem Privatserver Und ich habe Äh Über 14 Stunden Was gibt's denn jetzt? Ich Und ich war vorher hier nicht In Morgentown Okay, ich habe ja noch Camp Park und da oben den Bagger Abwarten und Tee trinken Oder lieber Sekt saufen und rum Bumm Äh Piep, piep, piep Dann wollen wir hier mal jetzt schauen In Welch Da waren wir ja Welch hier Welch in Louisburg Mountain Blair Betriebs Bahnhof Verlassener Schacht 6 Mountain Blair natürlich selber Kitty Blitzen Verlassener Schacht Brawnright Verlassener Schacht 4 Macaulie Wittels Ernst Und jetzt den Brimm Und das Ganze Was da ist Dann wollen wir jetzt mal schauen Ja, guck mal Ich habe doch Viermal was bekommen Wow Legendär Scheine und Geld Links oben Nichts Nichts Ich habe wohl zwischendurch schon ein paar Rezepte Und äh Und Dietzen hier Grubenauern zu Ja Boah Das ist ja richtig der Geile Plan Aber diese ganzen Rezepte Und Baupläne Die sind nicht von den Grubenhauer Events Ey, was ist das Was ist das Leute Aber ich habe ja noch Äh Captain Park Jetzt geht's nach Captain Park Hoffentlich kriegen wir da mal was Ordentliches Ja Leute Hier Fuzzy Der Macht euch jetzt Winkt ihr euch zu Oder Zum Schnorren Schellen Dich zu sehen Ja Es war echt super Hier Leute Ich habe den Captain Park Einmal komplett Durchgelaufen Und was ist Kein Einziger Von den Grubenauern Wofür ist das Grubenauer Event Wenn es überhaupt Keine Wir kommen zurück Hoffentlich hast du heute Richtig Spaß Ja Den hatte ich Voll und ganz Also Ich war jetzt Vier Stunden Auf dem Privatserver Hab auf der Map Die Alle die bekannten Gegenden Wo die Grubenauer auftauchen Wir kennen sie ja alle ja schon Und noch ein zufriedener Gast Kehr zurück Nein zufrieden nicht Äh Abgelaufen Und Nix Außer Ja den Grubenauer Handschuhbauplan Ja super Boah Super Leute Also Ich bin wirklich am überlegen Ich will Das ist auch noch ein Privatserver Alleine Jungs Bethesda Danke für diese Rattengeile Event Guck mal Selbst Fuzzy Lacht sich da kaputt Ja Dann sag ich euch mal Äh Wieso ziehe ich die Waffe Tschüss Ja die Waffe Richte ich auf Äh Bethesda Kann man da auch Nen Luke draufschmeißen Ach nee Die sind ja außerhalb von West Virginia Glaub ich Ja war das super Wow Toller Sonntag Guck mal Hübsch Das ist ja